Jerusalem und die Eroberungen Jerusalems eigentlich das Volk der Juden selbst daran schuld war, dass der Tempel zerstört worden ist. Was mich jetzt erstaunt hat, ist, dass man das auch bei Antiochus Epiphanes findet. Denn Antiochus Epiphanes hat ja im Jahr 173 vor Christus Jerusalem erobert, hat da schrecklich gewütet in der Stadt, hat viele Menschen umgebracht, hat die Beschneidung verboten und so weiter. Und diese ganze Sache war ein traumatisches Ereignis für die Juden, das über Jahrzehnte und Jahrhunderte fortgewirkt hat. Ich lese euch aber mal ein paar Zeilen aus dem Buch von Antiochus Epiphanes. Ich lese euch aber mal ein paar Zeilen aus dem Buch von Antiochus Epiphanes. Vielen Dank.